Hallo und herzlich willkommen bei BOMBZONE REFULED Ja und zwar ein paar Bomberman mäßige Bomben Ich liebe diese BOMBZONE. Ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. Erstmal hier ein gutes Asylum. Oh jetzt kommen wieder die Wände näher. Oh nein, die Wände, die Wände, die Wände. Nein, wow. Hey, das ist nicht... Jaaaa! Nein! Jaaaa! Ich war ne Reihe. Juhu! Esser ohne ging an mich. Und weiter geht's. Hihihi. Oh, ich starte diesmal oben. Oh, ich hab ne Krone. Das ist lila, aber irgendwie geben sie mir hier pink. Viele sagen ja, pink und lila ist ein und dasselbe. Ja, wer sagt denn sowas? Nein! Ach, ihr Mensch. Oh, unfaire Fahrer. Natürlich, du kennst mich. Ja. Nein, es gibt... Oh, die Wände fangen. Oh. Oh nein, wie schnell das vorher holen. Oh, Brommeling, weitergehen. Nein! Bitte weitergehen hier. Gibt's nichts zu sehen. Nein! Hey! Ah, schön. Ich hab gar nicht auf dich geachtet. Haha. Ja, ich wollte wieder zu viel auf einmal sammeln. Ich hab mich dann selber eingeklemmt und... Ah, ja, ja. Ja, war dann Ende. Ja, also er spielt auch... Das funktioniert wunderbar, oder? Ja. Schön. Ja, und ich spiel ein anderes... Ja, weil jetzt... Die nächsten Male... Ja, aufnehmen, dass ich vielleicht auch mal am Joystick... Könnte ja... Nicht zu besiegen. Ja, ja, ja. Nicht zu sehen. Okay, du verloren. Joa... Nein! Nein! Oder auch nicht. Nein! Ich wusste nicht, wie stark der... Der Radio schon ist mit meinen... Äh... Bomben da. Ey, so ein Scheiß. Oh... Das kann man aber bestimmt irgendwo ablesen. Ja. Also das Spiel ist... Äh... Gratis. Das kann man selber laden. Ich werde es unten auch verlinken. Auf jeden Fall. Und ihr könnt es auch gerne selber ausprobieren. Allerdings gibt's zur Zeit keinen Geistespielermodus. Das müsst ihr also zu zweit spielen. Soweit wie ich das gesehen habe. Oh ja. Es wird aber noch dran gearbeitet. Ja. Das ist... Ich bin aber noch an Arbeit. Oh! Schenk! Ich habe dieses in... Rückwärts... Also die Steuerungsumkehr eingesammelt, ohne es gesehen zu haben. Oh! Ich habe mich gerade getötet. Habe ich noch nicht mal mitbekommen. Ja. Bis jetzt haben wir uns nur einmal gegenseitig gekillt. Kann das sein? Ich glaube ja. Meins. Hä? Meins? 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 Das war knapp. Meins. Ja! Oh! Nein! Oh! Nehmen wir das mal. Meins? Nein! Oh! Ja! Nein! Oh! Oh! Nein! Habe ich Glück gehabt? Ich bin ja voll langsam geworden. Ich habe den Totenkopf eingesammelt, ey! Habe ich Glück, ey! Deswegen habe ich gedacht, schnell hin! Und dann habe ich mich selber eingebaut. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Ach, nee! Oh! Ich kann stecken. Jetzt werde ich ja noch langsamer. Ja, toll. Nein! 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 Das einsammeln! Das einsammeln! Nein! Hier einsammeln! Nein! 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 Ich finde die voll lustig! Nein! 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 Oh! Oh! Ich kann die ganze Zeit jetzt nichts machen! Nein! Oh! Geht zu Ende! Ja! Ja! Uiuiuiuiui! Hi! 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 Man kann es auch übertreiben. Hi! 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 Wow! Wuhu! einen ja 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 okay ja ja 8 nein Nein, ich hab's nicht mal die Brunnen da richtig zu setzen. Ich glaub nicht, dass mein Controller einfacher ist. Ich hab natürlich mal die Schnecke eingesammelt. Wow, das hat mir auch viel Spaß. Das war so schade. Meins, 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 meins. Oh, 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 oh! Ich weiß nicht, wie das grad passieren konnte, dass ich vor mir die Bomben gelegt hab, ganz viele. Tja. Äh, übel. Oh Mann, aber ich hab immer noch die Krone! Ich hab schon wieder was rückwärts laufen. Ne, schnell. Nein! Ja, das ist so ein Überraschungsdienst. Nein, nein! Nein! Hättest du nicht einfach sterben können? Nein, nein, nein! Du meinst so wie du? Jaaa, Mann! Verdammt! Legs ist mit auch schon vorbei. Ich glaub elf waren. Ja. Ah! Das ist aber laut bei dir da unten. Ja, ich hab auch viel auf einmal gelegt. Oh! Gewonnen! Jaaa. Ich bin nicht schnell genug weggekommen, weil ich um die Schnecke drumrum laufen wollte. Jaaa, ich muss erst noch ein bisschen üben. Jaaa. Das Grund ist blöd, weil ich... Ich hab das Gefühl, wir haben immer nur das gleiche Level, ne? Jaaa. Gab's da nie jemanden? Ich glaube ja. Das hab ich mit dem Geschenk, äh, eingesammelt. Aha, okay. Hör! Hör! Oh! Du bist da... Nein! Nein! Oh! Oh... Da kamen die Felsen schon um die Ecke. Oh verdammt! Kann ich ja wenigstens noch ein bisschen aufholen. Ist nicht. Ich hab hier auch einen. Deine Boomsticker sind viel lauter als meine. Das hab ich auch schon mal gehabt. Ja. Huh? Hab ich mich schon längst gewonnen? Oh, jetzt bin ich aber... Oh, das ist aber fies. Ja, nimm sie dir, nimm sie dir. Ich schenk sie dir. Nein! Nein, nein! Ja, oh fuß! Oh, ich kann noch mal ins Knie! Wir sind auch schon wieder reinkreffen, genau an der SEM-Stelle. Oh. Hehe. Oh, ich glaub es sind mehr als elf Runden. Ich glaube auch. Nein, nein, nein! Okay, nicht nur. Nein! Nein! Tja. Das ist echt übel. Also das war jetzt so eine Glanzleistung hier, ne? Vorurteil-Effekt. Oh nein! Also nicht nichts. consequences für die είναι ganz alte Nein! Nein! ASONG5 ich Ich glaube 90% der Zeit bringt man sich eh selber um, habe ich zumindest so den Eindruck. Ja, so ein bisschen, ne? Vielleicht müssen wir auch einfach noch mehr üben. Ja, so ein bisschen. Nein! Ja! Nein! Nein! Übel! Okay, das ist jetzt die wieviel? 15? Und die 15 stand da gerade. Na komm schon! Und umsetzen, um, umbesetzen, BOOM! Und jetzt mal BOOM! Ja, okay! Das hast du gut gemacht! Danke! Ausnahmsweise! Runde 16! Mach mal bis 20 und dann Ende! Falls es noch geht! Weil ich meine, eigentlich irgendwann hat man auch mal gewonnen, also beendet das Ding! Nein! 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 Ich bin reingelaufen! Obwohl... Ja, passiert! Awww! Ist doch unglaublich! Jetzt fangen wir schon mittendrin an, oder? Interessant! Nein! Das wechselt hin und her! Nein! Nein! Jetzt war echt zu schnell! Und bin reingelaufen! Och, Mann! Ja! Das machst du doch jetzt mit Absicht! Nein, nein! Aber nur Unfähigkeit! Was ist denn daünkrein? Oh mein... Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Der war sehr besonders in die Luft bier. ja ich hab mal gewonnen das schön ist nicht wie bei manchkin da habe ich ja einmal bis jetzt gewonnen bei den zombies zumindest es sind gerade im spiel also wenn es euch gefallen hat daumen kann ich nachvollziehen ja okay das nächste mal gewinnst du wieder da bin ich mir schon ziemlich sicher dann werde ich nämlich auch mit controller ausprobieren okay ja und dann auf jeden fall könnt ihr auch gerne ein abo dalassen ich spiele auch noch andere spiele schaut mal rein in die ganz vielen let's plays die schon bereits habe und noch ganz viele kommen werden ich versuche ja täglich welche hochzuladen wenn es zeitlich ja möglich ist ja und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss